Und da sind wir auch schon wieder zurück. Ich war nur eine kleine Aufnahme-Pause. Ja, weiter geht's mit Card Hunter. Was machen wir? Lair of the Troc Wizard oder Highway Rob? Wir arbeiten uns einfach von unten nach oben. At last you have found the cursed mind horses trading this rain of two honey. The Troc Wizard knows. So, ja. Ehm, zwei Battles erwarten uns Level 2 bis 3. Oh. Would you pass the soda please, Pestilent, the 8th Soda? Haha, who brought that? So, so, so. Ambush! Monstrous humanoids leap from the shadows. Two arms, noble adventurers. Ähm, ja. Der hat einen langen Weg. Der hat noch länger. So, der hat kurz. Der hat einen langen Weg. Und der Zwerg könnte den... Ähm... Was tun? Was tun? Was tun? Und wir könnten den Zwerg da hinstellen? Ach, der kann nur einmal angreifen. Das ist schön. Das heißt, wir können den jetzt aber angreifen. So. So. Dann. Kein Blick auf irgendwas. Nein. Wir könnten mit der mal einen Schritt nach da gehen. Jetzt hat sie Sicht. Mal da rüberschießen? Ja. Äh. Äh. So. Ach. 3 damage. Er macht nix. 2 damage. Ach. Oh. Waren das eben 5 damage? Alter. Leck. Welch fett. Was tun? Was tun? Äh. Wir könnten... Komm her. Ah, ihr bescheuzt. Und den Manüwerbraten. Perfekt. Ja, mehr können wir nicht. Lassen wir auf. Wir haben neue Karten. So. Der ist geblocken. Damage sehr schön. Das heißt, wenn wir da jetzt um... Der sich bestimmt auch... Der da oben macht Damage. Der Magierin kommt nicht ran. Das heißt, wir machen... So, dann einmal hier heilen. Nein, jetzt gehen wir mit dem Rücken zu ihm. Das geht. Dann einmal bitte wegbewegen. Damit der Magier... Schritt nach vorne. So, Lejala. Wir leben. Hauen um. Herrschig. Ach, der kann ja gar nicht... Der ist ja grau. Der kann sich gar nicht mehr bewegen. Doch. Hink da versichern. Klar. Aber... Nein! Nein! Was rennst du weg? Ja, da bleibt nichts anderes übrig zu passen. So, Pesty muss ne Karte abwerfen. Was werfen wir ab? Äh... Schadenskarte? Er block 2. Er fulgen nicht weg. Er fulgen nicht weg. Er fulgen nicht weg. So... Pesty... Ah, Pestli hat den Sperr geworfen. Das ist schön, das ist schön. Hey Pestli, have you eaten a morsel in your Leech 2? Wow, that was fast. Ich hab noch gar nichts gegessen. Das wäre so zwischendurch erzählt. Aber es ist echt... Man kommt sich echt so vor, als wenn man so ein bisschen am Tisch sitzt mit so einem Game Master, der hier so eine Geschichte erzählt und ey, das ist so unglaublich, es ist so viel Spaß. So, was haben wir hier? Fia und Annie Annie. Das ist Fia, Annie, Annie. Chippit Schild. Alles klar. Sonst noch irgendwo ein Schild tragen? Die Antwort war schon vor einer halben Stunde Nein, glaub ich. So. Ey, yalla. Ey, yalla. Mal gucken. Äh. Ist derselbe Stab. Kommt erstmal in die Kiste. So, my brother Melvin says that a good GM isn't distracted by foot mid-session. He says it's about focus. So. Ha. Truck Wizard, Arras, Violent, Invitations, and Makes-Obs, äh, ja. Ja, mein Englisch ist wirklich nicht so gut. Ich weiß zwar, was da steht. Ich kann es zwar so ein bisschen nachvollziehen, aber die Aussprache, besonders mit so Begriffen, ähm, ja. All zu selten hören. Ähm, was haben wir denn jetzt hier? Das ist der Zauberer. Truck Wizard. Das ist der Spearman. Das ist der Skatler. Das Skatler ist, glaub ich, Nahkampf gewesen. Das Spearman war fernkampfernd. Ja, der muss bestimmt Popo aufreißen. Ähm. Wow. Erstmal. Da hin. Ich hab ja eigentlich mit gerechnet, dass ihr einen Schritt dichter kommt. Gut, dann. Legaler Schutz Trudelwisse. Whoops. Autsch. Take one a car on damage. Also, ich mache drei Schaden, kriege einen Schaden. Hm. Was tun? Krieger kann nix machen. Maler kann nix machen. Könnte sich nur bewegen. Einen Schritt nach vorne gehen. So, der ist grau. Der macht nichts mehr. Wir können mit dir auch einen Schritt nach vorne gehen. Zauberer, der kann mehr machen. Aber nur noch. Ich kann nix machen. Äh, ich kann nix machen. Nein, ich kann aber noch nix machen. Nein, ich kann aber nix machen. So. Äh. Die Zweierkarte weg. Für dir die Run-Karte weg. Du kannst eh eine neue. So. Ja, unser Heiler zieht natürlich ganz viele Heilerkarten, ne? Brauchen mehr Items mit Heilung. Definitiv. Definitiv. Und du ziehst mir auch irgendwie zu viele Run-Karten. Ah, was du. Was du. Hier. Einen Schritt nach vorne. Das ist schön, dass du nichts gemacht hast. Das wäre schön. Den da. Okay. Dann. Das mache ich drei. Das mache ich. Zehnere Karte würde ich gerne für den da aufgeben. So. Schön ist, dass wir genug, was heißt genug, ein bisschen an Rüstungskarten haben. Au. Lebenspunkte nur noch, das tut weh. So, komm her. Ist da vorne, da kann sich eh nicht bewegen, da ist grau. Autsch. Der ist weg. Dann mit dir erstmal ein bisschen weglaufen. Äh. In die Richtung. Du guckst dann auch mal in die Richtung. Dann. Oh, bitte für nehmtige Karten ziehen, komm. Auch Heilung. Eine Heilkarte, das ist jetzt wirklich nicht so toll. Aber. Wir müssen ihn anmelden. So. Sepp. Treff ich gar keinen mit. Gehst du da hin? Der bewegt sich nicht, das ist schön. Komm. Sehr schön. Sechs Schaden. So, jetzt heißt es. Er hat nur ne Movekarte, ne? Sepp. Sepp. Du hast noch zwei. Drei. Jetzt bewegt er sich. Jetzt kreisen wir ein. So, jetzt müssen wir Karten ziehen. Da geht das weg. Wer ist jetzt als erstes dran? Er passt. Jetzt hat er gezogen. Eine Karte. Das war's. Keine Rüstung. Tch. Adventure complete. The trucks have been crushed. And oh, it's late. We might have to save this next bit for next week's sessions. Nein. Wenn nicht speichern, ich will weiter zocken. Es ist einfach nicht Spaß. Anders geht wieder wieder. Juhu. Die Wine Item. Vier Uncomings. Sehr schön. Was ist das? Treasure Item. Treasure Item. Das ist für uns Starkkämpfer. Das bringt uns dreimal sechs Schaden. Und das ist halt einbewegen, zwei Schaden machen. Das ganze dreimal. Ähm. Ein Fünfer. Zweimal Speer. Dreimal Penetration. Da ist der Zehner mit. Ansonsten. Kleinscheiß. Kleinscheiß. Das ist für unseren Heiler. Aschi. Was sagst du zu? Au. Au. Naja. Äh. Die Karte ist auch fies. Heilt um zwei. Ist okay. Aber macht. Zwei Poison Damage. Zwei Poison Damage. Zwei Poison Damage. Äh. Aber es werden mehr. Heilungskarten. Ah. 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 Nein. Definitiv nicht. Ah. Ah. Da können wir jetzt auch was reinlegen. Ah. Ähm. Das heilt um. Achso. Das ist der. Heilungs-Buff. Frenzy. 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 Ähm. Ich würde das gerne anlegen. Gehen schonmal ein paar Kampf-Dinger weg. Das ist schonmal schick. Boots haben wir nicht. Amor haben wir nicht. Ähm. Den behalten wir. Das war die Axt, die wir nicht weg sind wollten. Weil Leala. Gab's Sauberstäbe. Ändern wollten. Da gab es nix. Ja auch nicht. Arcanskill auch nicht. Und der Pest. Die. Waffen die waren nicht. So.